So, hallo Markus, wie geht's? Mir geht's gut, ich bin total nervös. Warum? Aufgeregt, das erste Mal. Schon ewig ein Traum gewesen zu springen. Jetzt geht's los. Erste Fasche springen? Erste Fasche springen, ja. Und warum springen? Ich mag Höhe, ich mag Aussicht, ich liebe Fliegen und Schattenradien. Viel Spaß. So, auf geht's. Jetzt geht's los. Jetzt gehen wir zum Rennen. Jetzt gehen wir zum Rennen. Jetzt gehen wir zum Rennen. Das war's für heute. Musik 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 Um, 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 um. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018